Kaffee Helmbrecht Mit einer Frau nochmal einen gemeinsamen Hausstand gründen? Nicht im Traum hatte Sander an so etwas geglaubt. Doch als er eines Tages das Kaffee Helmbrecht aufsuchte, um seinem Hobby zu frönen, nahm das Schicksal seinen Lauf. Seinen Aufzeichnungen zufolge hatte Sander die alteingesessene Konditorei seit mehr als anderthalb Jahren nicht mehr besucht. Also trat er ein in den wunderbar nach geröstetem Kaffee duftenden, mit Stuck aufwendig ornamentierten Raum und setzte sich an ein ovales Tischchen am Fenster. Kaum hatte er die Karte aufgeschlagen, eilte der Kellner herbei. Priest den Rhabarberkuchen, als sei er davon überzeugt, dass jedem beim Wort Rhabarber zwangsläufig das Wasser im Mund zusammenlaufen müsste. Dienstbeflissen, Block gezückt, den Kugelschreiber gespitzt, Kopf leicht schräg gestellt, reglos. Als wären seine Füße am Parkettboden festgeschraubt, stand er da. Sanders Augenmerk galt der Kleidung. Das Hemd perfekt gestärkt, Schuhe blank gewienert, die Hosenbeine messerscharf gebügelt, das schwarz glänzende Jackett akkurat auf Taille geschnitten, dazu makellos saubere Fingernägel. Sander sammelte sich. Lieber wäre ihm ein schmieriger Schleimbeutel gewesen, nicht dieser geleckte Netti Adretti. Andererseits suchte er die Herausforderung, um sein Improvisationstalent zu trainieren, um Beißhemmungen und andere lästige Blockaden abzubauen. Also begann er, Adrenalin zu pumpen und legte los. »Rabarber? Dieses saure, faserige Knöterichgewächs, muten Sie mir zu? Stängel, die den Zahnschmelz ruinieren und die Geschmacksnerven beleidigen? Zeug, aus dem man bestenfalls Biodiesel macht, aber doch bitte kein Kuchen!« Sander musterte den Kellner mit zusammengekniffenen Augen, das linke ein wenig stärker als das rechte, Lippen zu schmalen Strichen gepresst und die Stirn zum Waschbrett gefaltet. Doch weder der grimmige Gesichtsausdruck noch die herbe Verbalattacke schien den Kellner aus der Fassung zu bringen. Mit maskenhafter Freundlichkeit begann der, das Sortiment herunterzubeten. »Wir haben natürlich auch noch Erdbeertorte, Kirschtorte, Apfelkuchen, Quarkstreusel, Windbeutel, Mandelhörnchen, Mohnkuchen.« Nach Mohnkuchen legte der Kellner eine Pause ein, um zu hören, ob sich der Gast bereits für etwas entschieden habe. Aber Sander wollte sich gar nicht entscheiden. Den halben Vormittag hatte er sich mit Yoga und Sprechübungen auf den ureigensten Zweck seines Kaffeehausbesuchs vorbereitet. Auf das Kellnerklatschen. Bei diesem Spiel, wobei nur der Gast, aber nicht der Kellner weiß, dass es sich um ein Spiel handelt, geht es um Kampf, Vormachtstellung und Autorität. Happy Slapping, ohne Fäuste und ohne Kamera, nur mit schlagkräftigen Argumenten und einem wachen Verstand. Eine äußerst sinnstiftende Nachmittagsbeschäftigung, die Depressionen vorbeugt, den Kreislauf aktiviert und quasi als Zusatznutzen den Service auf Trab bringt. Sander wusste aus Erfahrung, dass es nicht leicht sein würde, diesen penetranten Dauerlächler aus der Reserve zu locken. Also probierte er etwas anderes aus, gab sich unschlüssig, druckste herum, forderte den Kellner schließlich auf, das Kuchensortiment langsam und deutlich zu rekapitulieren. »Mondkuchen«, »macht dumm«, entschied Sander, »Käsekuchen«, »Käse gehört aufs Brot«, erklärte Sander. »Erdbeertorte«, »Darun kriege ich Pickel«, jammerte Sander. »Vielleicht was Trockenes, der Herr? Einen Sandkuchen?« »Sand«, polterte Sander und rollte mit den Augen. »Ich wünsche Kiwi-Sahne, absolut frisch, keinen vergorenen Früchtebrei unter schwabbeliger Gummigelatine.« »Tut mir leid«, sagte der Kellner, und seine Mundwinkel senkten sich kramvoll Richtung Erdmittelpunkt. »Kiwi-Sahne-Torte ist bereits aus.« »Es tut Ihnen leid?«, fragte Sander fassungslos. »Ich sehe es Ihnen doch an, es tut Ihnen nicht leid. Es ist Ihnen völlig egal, Sie amüsieren sich sogar ein bisschen, weil Sie gewartet haben, bis mir jemand das letzte Stück vor der Nase wegschnappt.« Sander wußte, je abwegiger die Anschuldigung, desto provokanter die Wirkung. Aber der Kellner zeigte keinerlei Anzeichen von Zorn oder Erregung. Sander überlegte, wie er Schwung in die Sache bringen könnte. Der Satz »Bedienen ist wohl nicht Ihre Stärke« lag ihm auf der Zunge. Außerdem hatte er ein paar Hilfsmittel in der Tasche, getrocknete Fliegen und Haare, rot, blond, schwarz, glockt, glatt, alles sorgsam in Plastiktütchen verpackt. Immer wieder ein Fest, wenn er mit spitzen Fingern Kräuselhaare aus der Torte zog oder im Gegenwart des Personals den Leichnam eines schillernden Brummers auf dem Teelöffel balancierte. »Das kann gar nicht sein, ich bin untröstlich, noch nie.« Und dann, schwupp, 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 ein neues Gedeck, frische Tischwäsche, einen Kognak zur Beruhigung, später in den Mantel geholfen, Schirm und Hut gereicht, Tür aufgehalten. »Bitte sehr, der Herr, beehren Sie uns bald wieder, nochmals Entschuldigung, Entschuldigung.« Da Sander mit seinen Attacken ins Stocken geraten war, ergriff der Kellner die Initiative. »Ich kenne Sie«, rief er, »Sie waren vor einigen Monaten schon mal hier.« »Unmöglich«, dachte Sander. Üblicherweise verging mindestens ein Jahr, ehe er dasselbe Lokal erneut betrat. Auch konnte er sich nicht erinnern, diesem großen, kräftigen Burschen schon mal begegnet zu sein. »Sie müssen sich irren«, versuchte er, sich aus der Situation zu winden. Doch des Kellners Blick haftete an ihm wie Klebstoff. Ohne Vorwarnung schnellte dessen Arm vor. Zu Tode erschrocken wiche Sander zurück. »Er hat die Leute gestohlen«, mischte sich eine rauchige Stimme in das Gespräch. Ruckartig drehte Sander sich um, während ihm der Kellner fast den Arm auskugelte, vor herzlichem Händeschütteln. »Immer, wenn er den Gästen in den Mantel half, hat er in deren Taschen gelangt. Noch am wilden Tag hat ihn mein Sohn achtkantig rausgeschmissen«, erklärte die kleine schlanke Frau im schwarzen Kostüm mit dem zarten Persianerbesatz am Krägelchen. »Wie bitte?«, entfuhr es Sander. »Na, den Aushilfskellner. Sie haben dem Mann ins Gesicht gesagt, dass er ein Gauner ist, und Sie hatten Recht. Ach, machen Sie uns die Freude, probieren Sie den hausgemachten Rhabarberkuchen. Als kleines Dankeschön.« Sie sah ihm tief in die Augen, lächelte, und ihm wurde schwindelig. »Nein, was haben Sie für bemerkenswert feingliedrige Hände. Sie müssen Pianist sein.« »Oder Chirurg?« Wie eine Katze glitt sie auf die gegenüberliegende Polsterbank. Sander errötete. Ihre Nähe und ihr schweres Parfüm trieben ihm den letzten Rest an Unverschämtheiten aus dem Schädel. Nach dieser denkwürdigen Begegnung traf man sich häufiger und verbrachte mehr und mehr Zeit miteinander, bis Sander schließlich zu ihr zog in ihre geräumige Eigentumswohnung direkt über der Konditorei. Und noch etwas geschah. Unter ihrem Einfluss wandelte sich der ehemals zynische Einzelgänger zum eloquenten Kavalier. Sogar im Geschäft arbeitete er mit und bewies im Umgang mit den Gästen ein überaus geschicktes Händchen. Bald brummte der Laden wie ein Hornissenschwarm, obwohl es ihm manchmal schwer fiel, immer nur freundlich und zuvorkommend zu sein. Eines Tages saß ein nervös mit den Beinen wippendes Männchen an dem ovalen Tischchen am Fenster. Sander eilte herbei, pries wortreich den Rhabarberkuchen, der ganz frisch aus dem Ofen käme. Während das Männchen sich beim Wort Rhabarber voller Abscheu schüttelte, überfiel Sander ein Déjà-vu-Erlebnis. »Ich weiß, was Sie vorhaben«, zischte er und beugte sich weit über den Tisch. Erschrocken ergriff der Gast seinen Mantel, verließ fluchtartig das Kaffee, wobei ihm ein Schächtelchen aus der Tasche fiel. Als Sander den Deckel öffnete und die darin kauernden Spinnen betrachtete, begannen seine Schläfen heftig zu pochen. Viel zu lange hatte er selbst den Netti Atretti gespielt und dabei sein Hobby vernachlässigt. Er klappte das Schächtelchen zu und ein harter Schieferglanz trat in seine Augen. Musik Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.